Oh, fah! Mein Gott, ey! Die Platz, der fertig ist. Nach 500 Metern, nimm im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Meine Fresse, ey! Sie hat Bette Davis Eis. Kim Karns ist das mit Bette Davis Eis im 80er-Wochenende auf Hitradio RTL. Gerne noch her mit ihren Wünschen an die 0351 5000 2000. Gerne auch als WhatsApp-Sprachnachricht. Unter allen, die hier mitmachen, sich ihre Lieblingssongs wünschen, verlosen wir das ganze Wochenende JBL-DAB-Plus-Boxen. Und was darf ich denen als nächstes wünschen? Nicole, der hat noch hier. Wer ist denn da? Sandra und Anze wünschen gerne das Lied von Jenny. Von Falco. Und dann seid ihr beide nicht alleine. Hallo, liebes Team von Hitradio RTL. Hier ist der New Girl aus Zwenkau. Ich wünsche mir für das 80er-Wochenende von Falco G. Wir Chirurgen trotzen den Tod. Wir übertreffen die Perfektion. Wir operieren 17 Stunden ohne Pause, wenn es ein muss. Und nach so einem langen Tag freuen wir uns auf einen entspannten Abend auf der Couch. Und dem verbringen wir am besten mit den neuen Folgen und allen Staffeln Grace Anatomy. Jetzt nur auf das Replus-Screen. Dachstatt kommt an den Hauptstadt-Geräusch und bei mir. Dachstatt kommt an den Chirurgen. Dachstatt kommt an den Chirurgen. Dachstatt kommt an den Chirurgen, in der Krankenhausstattel. Dachstattel. 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 Das war's für heute.